Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zehn Minuten starten, ab jetzt. Kreuz umdrehen, super putz. Und wir fangen jetzt hier die Leute. Ich hoffe es klappt, dass wir alle reinbekommen jetzt hier. Eingefangen bekommen in den zehn Minuten. Dass wir gewinnen können als Ferrari, komm. Oh, da fahren sie alle hinten, wie gut. Come on. Ja, da ist für einer ein bisschen langsamer. Ey, danke schön, Nudel. Werde ich haben. Ah, da hinten aufs Grabel. Machen wir einfach mal nicht. Ich verfolge das mal hier noch. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen mehr. Wenn wir alle zusammen hier rein diven. Nein, das ist my mate. Nein, das ist Patti. Hat jemand jemand erwischt? Ich mache jetzt eine schnelle. Oh, Ziege hat sich gedreht. Raus. Nächstes Uhr als Fänger, warum dann Mika. Wenn du dich schnell reinbekommen, dann ja. Wenn Platz frei ist. Wenn Platz frei ist, kann ich nicht reinholen. Beziehungsweise nächste Runde ist der Lobby wieder offen. Hat mir gerade zwei Runden. Und an die Leute, die gerade noch nicht teilgenommen haben an der Umfrage eben. Jetzt hier einen Link da. Dauert 30 Sekunden, sind drei Fragen. Wäre sehr, sehr geiler Support für die, die warten gerade. Wer es noch nicht gemacht hat, das wäre sehr, sehr geil. Das unterstützt hier sehr, sehr stark den Stream. Wenn ihr da kurze drei Fragen anklickt, ist das hier sehr geil für die nächsten Turniere. Viel, viel, viel danke den Einzelnen. Darius, was machst du denn? Spielst du? Easy gefangen. Komm, die jetzt holen wir jetzt noch. Komm schon. War schon raus, Mann. Ich habe mich so gefreut. Was? Was war die KI? Oh, Elias. Elias? Ja, hohohoho. Ich dachte, wofür's ist lang? Ja, ist ganz einfach zuzuhauen dann. Das stimmt. Voll gefreut, Bugatti. Äh, Dario. Öh? Steht hier einer? Da steht einer. Ist ich die KI, oder... Flüchtet der? Der flüchtet! So nicht! Raus! Einfach aufgehen, bitte. Du wolltest einfach die verstecken, du Asi. Ich merke das schon. Oh, nee! Nicht drehen, nicht drehen, nicht drehen. Fahr du weiter, fahr du weiter. Es gibt Tempo, Tempo, Tempo. Wir haben jetzt noch sieben Minuten. Hab gemacht, wunderbar. Muss die nächste Runde drin sein. Einfach schnell reinscheunen, dann bist du Fänger, okay? Wenn du drin bist in der Runde. Muss einfach schnell sein. Wir machen wieder auf für alle. Dann fahren wir nochmal eine Runde mit den frischen Leuten und dann geht's in Last Man Standing rein. Ich mach super auf die normalen Rennen morgen wieder auch. Es ist beides immer so geil. Montag ist immer so geil. Ein bisschen hier die Formate daddeln. Das macht so Bock. Und dann freut man sich aber trotzdem immer noch auf den nächsten Tag wieder die normalen Rennen zu fahren. Hier in Österreich zum Beispiel. Hier habe ich aufgegeben. Jawohl, der hat ein paar erwischt. Wie gut! Du bist aufgeben. Gut aufgepasst, Colin. Perfekt. Hervorl ist es welche. Lukas, ist das die KI schon? Die fasst nach KI aus, oder? Oder ist der so langsam in der Herboy? Hallo, die KI. Shit. Sehr gut, Colin. Wir haben noch sechs Minuten. Der ist halt jetzt erwischt. Aus dem Netz. Und noch viele Fahrer hier auf Start und Ziel. Guck mal. Da stehen sie vor ihm. Sehe ich gerade auf Start und Ziel. Da muss er mich erwischt, glaube ich. Hat er mich erwischt? Er hat die Ohre erwischt. Sehr stark. Lass ihn herfahren. Lass ihn herfahren. Flur mir auch noch erwischt. Er hat zwei erwischt. Wie gut. Ich gebe Gas. Ich bin schneller gerade. Flur mir schon raus. Scheiße, jetzt ist es wirklich blockiert von dem. Die KI. Ist er noch am Anhalten. Nee, schon wieder. Mann, dann passen ja die auf. Er kommt angeschossen. Komm schon. Sind sie oben irgendwelche? Ich bin in den Ferrari reingefahren. Oh, wie gut. Einfach den Fänger in die Arme fahren. Warum auch nicht. Oh, da sind sie alle. Mit Pace hole ich die ein. Weil die hier warten auf die anderen Fänger. Die sehen mich nicht. Oh, ja. Jetzt. Nein, was? Ha, was habe ich? Wie konnte er abhauen auf der einen Seite da? Ist er weg? Das gibt es nicht. Ich wollte ihn so einfach abfangen. Leck mich. Das steht einer. Jetzt aber. Oh Mann, ich dachte, der geht ja da. Das gibt es doch nicht. Wie lange haben wir noch? Vier Minuten nur noch. Scheiße. Österreich ist hart. Komm jetzt aber. Ist das eine KI? Ich glaube, das ist eine KI noch. Von King. Neue Lobby gleich. Jawohl. Ich wollte mal umdrehen, weil die mir nicht aufher gefahren sind, die Asis. War auch nicht erwischt. Da hätte es auch einer. Mann, hallo. Sky, hallo. Was geht ab? Brüder, schön, guten Abend. Glückelauf, würde ich mal sagen. Ja Mann, das gibt es doch nicht. Drei, zwei sind alle besoffen. Kann sein, ne? Komm schon. Wo ist der Bremspunkt? Ist so komisch aus hier. Komm, 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 komm. Einzige eins. Köpfe zusammen. Angetäuscht und rübergezogen. Jawohl, den haben wir. Was? Wie knapp. Aber der Mufa stark. Der Mufa stark. Rechtsangetäuscht, links rübergezogen. René, hallo, hallo. Fahr hinterher. Schnapp sie dir. Sechs nur noch. Jawohl. Haben wir noch zwei Minuten. Was soll die Scheiße? Österreich ist schwer. Aber komm, jetzt räume auf. Ich fahre rückwärts. Da oben ist er. Komm. Oh, Niklas. Jawohl. Nur noch fünf. Da kommen sie. Schnell, sch, 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 sch. Nein, da ist Fabo. Den habe ich berührt. Jawohl. Oh, Nubi sie. Nubi, auch noch mal. Zack. Niklas haben wir auch. Shit, da fahren sie. Ich drehe wieder um. Oder? Felsdreht um. Ich fahre da her. Ich fahre da her. Der Wecker sagt nur noch 1,50. Das kann nicht sein, dass Fabo überlebt die ganze Zeit. Lukas Melode. Danke für den Follow. Mal mit Nase juckt. Wie kann Fabo mal durchschlüpfen? Der hat eine OP-Strategie schon wieder. Das kann nicht sein. Wie kann man in allen Formaten irgendwie so eine Instant-Strategie haben? Ey, Flumi. Viel, viel Dank. Wird auch einen schönen Abend. Wer ist am Start gewesen? Guck mal, die taue ich schon wieder da hinten ab. Oh, my mate. Das gibt es doch nicht. Letzte Minute angebrochen. Letzte Minute. Wir haben noch 5 Leute vor uns. Da kommt einer. Och, Mann. Ich habe heute sogar verarscht, dass ich jetzt trotzdem geschafft habe. Das gibt es doch nicht. Die letzten 40 Sekunden. Unfassbar. Komm, die schaffen wir uns jetzt. Das wird kein Sieg für uns, leider, glaube ich. Gleich neue Lobby. Noch eine Runde fangen. Und dann machen wir Last Man Standing. Nach der Runde neue Lobby. Dann nochmal eine Runde fangen. Für frische Leute. Und dann Last Man Standing. Ich krieg die einfach nicht. Doch, jetzt, jetzt, jetzt vielleicht. Jetzt. Hat sie alle gedreht? Fabo hat sie gedreht. Fabo. Wurde da verraten von den Mates. Ja, es sind auch keine Mates, natürlich, ne? Es sind alles Gegner. Da kann man auch mal miteinander weghauen. Und füttern an die Haie. Timer hat aufgehört. Die Ferrari hat verloren. Jetzt könnt ihr quasi gewinnen. Wer als Letzter überlebt, gewinnt die Runde. Ja, Fabo crasht andere Leute auch anscheinend. Ja, macht natürlich auch Sinn. An Leute zu drehen, dass sie nicht abhauen können vor den Haien hier. Auch eine Strategie. Es ist das Ding, ne? Stimmt. Hast du einen Clip? Wenn du den zeigst dann später, dann ist er auf jeden Fall da raus. Dann kann er nicht gewinnen. Dreckschuppe. Zack. Hast beide geholt. Peter auch. Wie gut. Wer hat dann gewonnen da hinten? Dann haben wir beide hier, oder? Einer nur noch. Und das ist der Letzte. Wer ist das? Phil! Phil hat gewonnen. Let's go. Nicht im Ferrari gerade gewonnen. Aber dafür jetzt als Gefangener. Party sehr stark trotzdem. 어때? Schön. Wie geht es?